Hat denies gehört oder nicht? Ich glaub nicht. Kennst du den Weg hier raus? Das unabhängige Veränderung der Flüge ist so möglich. Der Läuter-Lift für Freiheit ist noch nicht gegründet. Warum bist du hier gegründet? Du seien, du bist wunderschön. Ich habe eine Theorie. Ich glaube, es hat etwas mit meinen Klauen zu tun. Männer in B-Suits haben eine schlechte Reputation. Woher laufst du mit der schlechte Ruf des Bienen-Luchs? Von Transformers. Männer in B-Suits sind die Kläuen der Medien. Warum trägst du ein Bienenkostüm? Warum trägst du ein Bienenkostüm? Um Solidarität mit anderen Männern in B-Suits zeigen. Um den Weltmarkt für den Insektoid-Garment zu öffnen. Als konzeptuelle Performance-Satire. Um die Fashion-Industrie zu beobachten. Und letztendlich, um meine Admiration für diese hart-werken Klauen-Kollektoren zu beobachten. Admit es. Du hast einen Wager verloren. Ich habe einen Wager verloren. Oh. Oh. Ahem. Der war gut. Warum hast du so große Ohren? Warum hast du so große Ohren? All die besser, die dich mit essen. Was? Und als eine Valve für meine exzeptionale High-Output-Ear-Wax, ich glaube. Eugh. Exzeptionale High-Output-Ear-Wax? Yuck. Ja, es ist kein Picknick. Ich glaube, es sollte nicht in dem gleichen Kontext als Picknick überhaupt benutzen. Diese Überproduktion ist eine Art allergische Reaktion mit mir. Ich bin allergisch zu heißen Befehlungen. Oh nein. Ich könnte jetzt noch eine gute Kaffee benutzen. Da fehlt mir was ein. Ja, ja, eben. Weißt du, was Bestimmtes? Hast du etwas in particular versucht? Ich bin immer noch eine Inspiration. Eine Kaffee würde sicherlich Hilfe sein. Aber ich bin schade, weil meine Allergie. Das ist nichts, was ich schade. Meine Allergie führt zu einer Überproduktion von Ear-Wax. Oh. Ich mache mal eine Fliege. Ich gehe dann. Geh an. Wie ich schätze mal, wir müssen Kaffee holen. Und dafür haben wir eigentlich auch einen Becher. Äh, ja. Ja. Ja, genau. Mhm. Sprich doch mal. Hallo. Hallo, hallo. Ähm. Äh, weiß ich nicht. Äh, geh mal da hinten rein. Oh, nimmst du nicht den Generalschlüssel? Versteh's nicht. Oh, das ist dann wohl Peter? Hey, you. Hallo. Ich bin Edna, wer bist du? Ich bin Edna. Wer bist du? Hi, Edna. Ich bin Peter. Hi. Really? Was haben die Eltern der Kinder Peter? Mein Vater heißt so. Hey. Meine, 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 meine. Alter. Du wirst du. Ich würde mich töten, wenn ich einen Namen wie das hatte. Äh, ich meine... Ähm. Es ist nicht so schlecht. Das Name könnte sein, aber es wird dich in einem Weise... Äh, wah, wah. Hör mal, Edna. Erstens heißt mein Vater, so zweitens ist das mein Zweitname, auch wenn er mir eigentlich nicht so gefällt als mein Zweitname. Miststück. Geht es dir nicht gut? Ist es dir etwas falsch mit dir? Es ist etwas falsch, das es nicht beginnt, zu beschreiben. Es ist heute mein 40. Und ich sehe nicht, wie das Dinge schlimmer machen könnte. Äh. Äh. Das lieber nicht. Äh, immerhin bist du noch im Leben... Na, das will er auch nicht hören. Immerhin bist du gesund. Wahrscheinlich ist er nicht gesund. Kommt ein Mann zum Arzt. Nein. Dann kommst du mit dem Zusammenhang und schreibt, dass sind seine Probleme völlig irrelevant. Hm. I mean, what good does your existence do to anybody? And who will care when you don't exist anymore? Have you ever done anything that will leave a lasting effect? What is there that will last anyway? Nothing. Even the pyramids will crumble and fall eventually. In the end, all is futile. And all you ever struggled for... Pfff. Just hot air. What I'm trying to say is... Uh... Yeah. Well, what exactly? You wanted to cheer me up. Oh. Oh, yeah. Right. Oh, wie bien einfach. It's a beautiful day and the sun is shining. Well, okay. That doesn't help you a great deal in here. You are locked up in here after all. So you can't share in all the great activities people can do on the outside. But maybe it helps to bear in mind that everyone else is having fun. Because unlike you, they can do whatever they please. And let's be honest here. They're probably happy that you're not with them. What? You're not exactly the life and soul of a party. Uh... Um... I've lost the thread just now. What was I driving at? You wanted to cheer me up. Oh, yeah. Right. Ähm. Wir machen den Rest auch noch. At least you're still alive. That doesn't go without saying at your age, you know? You're entering a phase in your life where the only way is down. The good times won't return. And you might as well forget about all the achievements you haven't made by now. You've missed that boat, Peter. Uh... From this point on, it's going to get permanently worse. Uh... Uh... I've lost the thread just... You wanted the... Oh, yeah. Uh... I mean, we're so gesund. At least you've got your health. Not mentally. Bill. The decline will happen inevitably. You might as well be happy that at least the machine is still ticking away satisfactorily. Because that's what the body basically is. Uh... Much more than a machine. And every machine ends up in a junkyard eventually. That... Of course, there's a long phase where you try to keep it running. A little fix here, a little repair there. But still, it's inevitable. It's better to not even try. No machine is designed to last forever. And you need to recognize the point where it's merely a nuisance to all. Hey! Hmm... I've lost the thread just now. What was I driving at? You wanted to cheer me up. Yeah, I think it's true. That's not a twist in the ass. So, this man walks into the docks. Well, the man is approximately your age, so that's... Old. The docks says, Peter, you won't be around much longer. Uh... That wasn't the whole joke, was it? What joke? I only wanted to gently prepare you for what you do. Oh, what's coming from me? Oh, this is not exactly encouraging. Oh yeah, you're right. Mädel, was is los mit dir? I give up. You're simply too hard a nut to crack. Thanks for your help. I'll mention it. Äh... Not even wild horses could drag me there. Aha. Why do you think I'm hiding here? Oh. Tetra, with her constant high spirits, is more annoying than a bag of crab lives. At least crab lives, keep their mouths shut. I'd better leave you alone and you despair. Right. Why should anyone want to keep me comfortable? You're right. I don't know either. Hey! Mädel! Fass! This is where the barkeeper mixes his drinks? Ja. Äh, Kickertisch. A broken football table. Now I see why the loonies think this is a bar. Hört ihr das? Hand auf die Stirn. Sagen die jetzt... Das wusste ich jetzt nicht. Sagen die jetzt wirklich in Amerika, beziehungsweise England irgendwo, äh, Fußball table? Hahaha. Spielen wir weiter. Wir haben jetzt noch nicht viel geschafft. Zumindest sind wir jetzt schon ein bisschen weiter rumgekommen. Ein paar neue Gebiete erschlossen. Aber ansonsten haben wir ja nicht viel geschafft. Becher. Der sieht etwas stabiler aus. Das fällt mir gerade auf. Den kann man nehmen. Someone hat scribbled Beware of Frank on it. Witt. Vorsicht, Frank. Äh, können wir mit dem Ding noch irgendwas machen? Hallo. Empty. 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 Yay. Sitzecke. Das ist nicht genau wie Shangri-La. Nicht wirklich. Äh, geh zur Tür. La 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 la. Wee. Achso, hier ist das. Äh, dann gehen wir doch mal. Halt, warte. Hier ist doch noch eine Cocktailkarte. Gut. Und was steht denn drauf? Mä. Hallo. Achso, gibt eine Auswahl. Stink. Äh. Au Mann, der Barmann hat die schlimmste Sauklaue sei Bruce Lee. Was? Wie hat die Tigerkralle? Ja, äh, irgendwie. Ja. Ja, hm. Ja, hm. Ja, hm. Okay. Barmann. Barkeeper? Einen Trink, bitte. Ja. Ich werde mit dir in einem Moment sein. Ich werde noch diesen Mann hier servieren. Hey. Aber er hat bereits einen Trink. Nicht erzählen mir meinen Job. Ach, Mann. Äh, ja. Dann gehen wir. La, 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 la. Also, die Musik aus dem Intro fällt mir grad auf. Äh, wir gehen da raus. Wir haben übrigens hoch. Wir haben noch ganz, ganz, ganz knappe drei Minuten. Nicht mal bei ganz drei Minuten. Äh, wir gehen mal kurz wieder hier zurück. Ich versuche mal zurückzukommen ins vorherige Gebiet. Also, äh, in den Abschnitt. Äh, Telefon. Da waren wir noch nicht. Fällt mir grad auf. Und da ist ein riesiges Puzzle. Äh, also zwei Teile. Bild. So viel Expresse mit so wenigen Längen. Oh. Ein Masterpiece. Oh ja. Noch ein Bild. Poetisch und depressisch am gleichen Zeit. Total. Ich glaub's auch. Was hier? Fehl. Dieses Sign könnte nicht mehr so subtel sein, würde ich sagen. So denn? Dieses Sign. Okay. Äh, Sofa. Lampe. Lampe, Lampe, Lampe. A Lamp. A Lamp. A Lamp. A Lamp. Hallo. Nein. Äh, benutzen. Es ist genug hier. Nö. Entschuldigung. 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 Ich kann meinen Läufer nennen. Ja. Wenn ich nur seine Nummer erinnern könnte. Ruf irgendwo an. Äh, es ist egal. Es ist trotzdem gebrochen. Oh. Der Läufer ist weg. Oh stimmt. Dann gehen wir wieder raus. Und, äh, gucken uns wenigstens in den letzten 1-2 Minuten nochmal ein bisschen um. Und tschüss. Lalalalalala. Waren wir da schon? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Glaub schon. Genau. Wir waren nämlich, äh, gehen wir mal da hin. Wir müssen uns garantiert dieses Gitter hier irgendwie aus dem Weg schaffen, beziehungsweise öffnen. Äh. Hallo. Wir gucken uns um in den, äh, Moment. I've always wondered if lamp designers are rejects from the International School of Ugly. This lamp is certainly proof of that. Ja. Fernseher. Stop that. I need to know how this ends. Ah. Stop that. Ja. Äh, Topf, Pflanze. It seems to like the program. Of course it does. This is exactly on its level. Genau. Äh, hier noch Pflanzen. Das einzige Licht, das sie bekommen, kommt vom TV-Set. Na toll. Äh. Sessel. Tempting. Aber ich bin jetzt gerade busy. Tempting. Äh. Steckdose. Kann man mit dir irgendwas machen? Nein, kann man nicht. Wir geben, äh, Halt, warte. Äh, Lichtfalter. Haha. Vielleicht hilft das ja, nee, hilft es nicht. Das garantiert nicht den Pflanzen. Ich weiß nicht, wieso das jetzt gut war, aber was soll's. Was soll's. So, wir sind auch fertig für dieses Mal. Ich mache meine Stopp-Roll aus und es piept die gleich wie blöde, weil die bei 11 Sekunden war. Okay, mein Kaffee ist leer. Wir sind hier soweit fertig. Ich, äh, beende jetzt die Aufnahme und, äh, nächste Nacht nehme ich Assassin's Creed auf und da fange ich an hochzuladen. Ihr seht das also einen Tag. Verzögert sich die erste Folge hier davon. Äh, Edna, möchtest du dazu auch was sagen? Nein. Das war schlecht. Nicht lustig. Mir ist kein, kein witziges Witzchen, äh, Dengel, Dengel, Deng, 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 Deng eingefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Anwinner is going to eat pizza. Margarita. Woo!